Ich höre unterwegs Spuckt in die Hände Männer Ich glaube auch in der Wohnzimmerhalle kann ich das Upgrade machen Für die Verteidiger Runenkrieger zu mir Die Verteidiger Und ja es ist irgendwie Interessant wie man es nennen möchte Dass gerade die Zwerge Das Verteidigungsvolk schlechthin Keine Verteidigungstürme hat Okay Das ist schon mal das Nicht das Gebäude in dem ich Upgrade Schon unterwegs Lasst uns anfangen Das sollte da die große Waffenkammer sein Lasst uns anfangen Angebracht Nicht half zur Ehre Wir werden angegriffen Aber sind halt noch Speer Auf der anderen Seite Die Linien müssen halten Ich höre Okay Okay Ich glaube wir jetzt Fangen an Angreifer zu kommen Werden wir gleich sehen Ob er noch Als Speer reagiert Nein tut er nicht Okay Okay das heißt Die Angriffe kommen Vorsicht Gegner Das heißt wir fangen gerade Im rechten Moment an Unsere Defense hochzuziehen Jetzt Mit Defense meine ich Defender Verteidiger Das Gebäude ist fertig Ja Eine Einheit wurde aufgewertet Was steht da So Nächste Station Nahrungslager Wo ich hier so hin Eine Einheit wurde aufgewertet Jetzt gucken wir erstmal Dass wir fünf Schweinezüchter Hinkriegen Das Gebäude ist fertig Ich höre Bevor wir uns weiter auf Eine meiner leichtesten Ich höre Fresh ans Merk Ja Auf Gebäudebau Auf Ressourcen sammeln Konzentrieren Weil wir brauchen ja Nahrung Er wünscht Eine meiner leichtesten Übungen Zu allem entschlossen Oh Kampfbereit Endlich wieder kämpfen Mit festem Schritt voraus Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Ja genau so Habe ich mir das vorgestellt Vorsicht Gegner Gibt es Arbeit Gibt es Arbeit? Nicht half zur Ehre Ich höre Gibt es Arbeit? Gibt es Arbeit? Gibt es Arbeit? Gibt es Arbeit? So Hachungsproduktion grundlegende steht mal. So, das nächste, was wir brauchen, ist das große Haupthaus. Das können wir da unten zum Beispiel hinbauen. Ihr erwünscht... Wobei, ich baue erstmal wahrscheinlich ein Sankt Varium. Zu allem entschlossen. Auf geht's. Ich glaube, dann zapfe ich erstmal das Brunssilver hier unten an, sobald ich das Sanktvarium habe. Ihr erwünscht... Und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich es gerade doof finde, dass es so wenig Stein gibt. Gibt es Arbeit? Was wollt ihr? Ja, dann das große Haupthaus am Schluss. Also erst große Waffkammer, dann die... Dinge anzapfen. Solche Angriffe können wir noch super abholen. Ihr erwünscht... Oh, da kommt das. Fresh ans Werk. Runenkrieger! Geht es los? Marschieren los! Standhalten, Männer! Runenkrieger! Zu mir! Sagen wir so, die... Verteidigungstürme der Dunkelelfen haben ihm mehr Damage gemacht, aber auch nur, weil es Magie-Schaden war. In erster Linie. Das Gebäude ist fertig. Das Gebäude ist fertig. Das Gebäude ist fertig. Der Daumen았�owski... Der Daumen ist fertig. Das Gebäude ist fertig. T Detelnysk. Drei. Möge. Drei. So, ihr baut dann das Haupthaus, nachdem ihr eine Mondsilberhalle gebaut habt. Und ihr werdet dann auch, äh, jungen Eisen dann als letztes abbauen. Oh, cool, ich kann nochmal fünf Verteidiger rufen. Das Gebäude ist fertig. Lasst uns anfangen. Kleinigkeit. Was wollt ihr? Was kostet eine Mondsilbermine? 150, okay. Bei meinem ersten Mal durchspielen, oder bei meinem letzten Mal, wie man es nehmen möchte, ich war nur einmal bis jetzt in Sheryl. Ei-Truppen. Äh, habe ich das übrigens mit den Menschen gemacht gehabt. Aber ich dachte mir, da das ja auch für meine Zwergen Freunde Zuschauer ist. So, 20 Verteidiger sollten reichen. Kampfbereit! Standhalten, Männer! Runenkrieger! Zu mir! Gibt es Arbeit? So, Mondsilber. Eine meiner leichtesten Übungen. Meine Axt wartet schon. Was wollt ihr? Und ja, großes Hauptsatz. Schon unterwegs. Bauen wir da unten hin. Eine Einheit wurde aufgewertet. Eine Einheit wurde aufgewertet. So, alle Upgrades wurden vergeben. Gibt es Arbeit? Spuckt in die Hände, Männer! So, großes Haupthaus. Ja, die restlichen vier werde ich dann noch als Nahrungssammler hierhin quetschen. Vorausgesetzt, sie kriegt den Stein noch zusammen mit der Zeit. Aber sollte sich einigermaßen ausgehen, dass hier noch so ein Stein reinkommt. So, meine Verteidiger sind alle bereit. Oh, den Angriff sollten wir noch abwarten. Ist zwar nun ein kleiner Angriff. Vorsicht, Gegner! Autsch. Ich hoffe, ihr habt das gesehen, wie sie da... ...genau Tonk machen. Gut. Das heißt, ich speichere jetzt hier. Ja. Und ja, die Erfahrungspunkte, die kriegen wir super zusammen, die wir noch brauchen. Vor allem mit den... ...Hauptbändern und allem. Aber ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Bis gleich. Bis gleich. κα